Gut, ich gehe hier raus. Herzhaft weh, ich habe keinen Ah, Kluftzeit hier. Aber noch zwei Stück. Jo. So langsam geht es mir richtig auf die eigene Fähne. Nein, ich muss hier oben. Und auf den Teleporter. Und ja, er klappt, ohne dass wir im Urkahn landen. Gott sei Dank. Und ich würde echt mal einen Fahrrad von Toyota haben. Oder von Honda. Oder von Fiat. Oder von BMW. Oder von Mercedes. Moment, stopp. Nein, ich will nicht speichern. Speichern ist verloot. 5350. Und es ist schneller, ja. Blah, blah, blah. Doch, mehr Weltgeld abgezogen. Tja, so viel dazu. Hm. Oder war es vielleicht in dieser Joy, die auf der Route stand. nicht so dass lieber nicht festen so hallo gekommen ich verkaufe jeden menschen leber das kann über leber das ist wieder einmal will ich mir kommt zurück zu mir warum warum haben die leber warum warum muss ich diesen hacker finden ich bin doch selber schuld gängig zu spielen ich will einfach haben die 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 den stand Oh, ein Kitsumi! Achso, der hier wurde verschnitten. Jetzt muss ich sterben. Ach komm, ich fahre nicht mal. Ich fahre nicht mal den Messball. Warum nicht? Ich fahre nicht. Kitsumi! So was steht in dem Pokédex. Kitsumi gelten als intelligente Wesen. Sie nutzen ihre charmantes Äußeres und ihre Fähigkeiten, um andere zu betören und so ihren Willen durchzusetzen. Also typische Frau-Pokémon halt. Das war Rassismus gegen Frauen. Oh yeah. Aber es ist die Wahrheit. Gut, Superschutz. Habe ich noch welche? Ich hoffe mal natürlich. Ich will nicht mehr zurückrennen. Ja, sie ist ein Stück. Langt. Dann gehe ich mal den linken Weg. Ähm, was wird denn der Weg hier noch? Leck mich doch am Arsch, Alter. Was soll der Scheiß? Dimm. Aaaaah! Die hatten wir glaube ich schon. Die hatten wir. Die hatten wir. Die hatten wir. Die hatten wir auch schon. Hey. Ah, hier waren wir Freunde. Genau. Ähm. Verdammt! Zack, hast du. Menno! Schutz weg nicht nur. Und wie er wirken wird. Schutz aktiviert. Ah, wieso muss es jede verflickte Höhe... Ah, da unten, da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Ich muss mit der Trainerin vorbei, oder? Ja, natürlich. Äh, doch nicht. Cool. Diese Bereiche sind nicht derzeit... Ah, 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 ah! Ah, 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 ah mach dich ja auch nicht. Du trägst giftgrün, obwohl du bist ein Mädchen. Und dann hier wärst du mal nur mehr zwei hier und so. Okay, dann nicht. Die geht sogar noch weg. Um Verschämtheit. Lass er sich mal dem Pärchen da folgen. Ja, warum nicht? Das gibt's nicht. Treffe ich schon wieder? Nein! Wer achte trotzig Agent? Nein! Anhaltig mich das nicht wundern. Schließlich seid ihr ja bei einer gemeinsamen Mission. Und warum trägst du keine Uniform? Bist du vielleicht der Boss? Natürlich, ich habe zwar überhaupt keine Ahnung über die Fizile von Tintera, aber ja, ich bin der Boss. Wow, wer hätte gedacht, dass du noch so jung bist? Wobei, vielleicht, die Lass sieht es doch nur so aus. Wir hatten schon einen, der war 27 und sah aus wie Meter bis 40, aber verlass dich drauf. Ich werde deine Organisation das Handwerk kriegen und deine Pläne vereiteln. Das schwöre ich, bei meiner Ehre als Begleit und jetzt noch, mach Platz. Ich glaube, einem auch alles aufs Wort. Der Typ ist nicht mehr zu helfen. Oh mein, kein Kampf, ich glaub's nicht. Dass man das erleben darf. Das ist der Pfeife, kein Kampf, was? Zum Wissen, man will das Pokémon. Nein! 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 Äh? Ich bin nicht sehr effektiv, denn du bist ein Nordgeist. Du bist ein Nordgeist? Äh? 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 Ja, ich bin richtig. Denk ich mal. Jetzt kommt wieder eine Schlange. Oh, ein Rihorn. Wuhu. Rihorn, Rihorn. Dann mach mal schnell aus. Bum, 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 bum. So, komm, grad nicht an, Bitch. Schlampe. Äh, ich meine, der Kupf macht Schlampe. Und frohen Tod. 200 Stärke plus 100 Step. Mach BAM in your face. 300 Schaden. Also, plus minus Angriff. Minus eine Verteidigung. Plus Kp. Minus Kp. Blablablabla. So, level up. Yeah, hurra. Jetzt wickel dich mal zu Lucario. Dann bist du noch ein bisschen nützlicher. Ne, doch nicht. Gut, dann heilen wir dich noch schnell. Swoop. Dun, 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 dun. Oh nein, nicht die. Oh Gott. Drahtstanden. Nein. Und weißt du, was ich dann zu ihm meinte? Bla, bla, bla. Boah, er wusste ich, dass das Drahtstanden sind. Nein, erzähl. Vielleicht. Bla, 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 bla. Wurde ein Bla vergessen. Er meinte, bla, 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 bla. Wirklich, also ich hatte das mal bla, 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 bla. Lustig, nicht wahr? War, wie er habe geschrieben. Aber stell dich vor. Ähm. Ich unterbreche die Tupper-Party. Nur ungern arbeiten für dich. Bitte durch. Du, wie kannst du das fragen, dass dein Gespräch zu stören? Reg dich nicht auf. Das ist nur ein kleines Bug, den man nicht beigelaufen hat, in einem Gespräch zu unterbrechen. Äh, nicht zu unterbrechen. Dann werde ich ihm jetzt bei nebenbei bringen. Und warum in einem Kampf, in dem du wirklich fünf Pokémon hast? Oder zwei? Ähm. Jetzt holen sie aber die richtig harten Geschütze raus. Kann das sein? Ein Schadrago? Bitte? Er hat mich komplett überrascht. Oh, er hat Rauhaut. Ach, leck mich doch. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Okay, ich hab... Ähm. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt... Ah, egal. Ich kann sogar so sterben. Oder... Ja. Na ja. Und tschüss. Oh, schreck zurück. Boston. Wieso? Wieso? Das ist doch egal. Das ist nur ein Spiel. Das ist nur ein perfektes blöder Spiel. Naja. Aber ich habe das wenig heilt. Ich schmeiß gleich mal ein Ding ins Kirchen rein. Super Traum. Weil das macht dir wieder Drachen gut. Und dann bin ich eh wieder gleich drauf. Wenig kapiert unten. Oh, das macht die Schlitzer. Tschüss. Volltreffer. Halleluja. Not. Ähm. Okay. Du wirst jetzt nicht schlagen können. Also benutze ich meinen Hundemon. Boah. Wie sehr wünsche ich mir jetzt ein Wassereis-Pokémon. Biss. Und ich werde jetzt benötige ich YOLO wetten. Jetzt benötige ich YOLO wetten. Jetzt benötige ich YOLO wetten. Oder auch nicht. Das ist gröle Bodenfiel. Ich kann auch Agleophas besiegen. Obwohl es extrem viel aushört. Dieses kleine Ficken. Oh man ihr Damen. Mir tut mir leid. Das ist so auseinander neben mir. Ygasauger. Lecker. Deine Seele schmeckt gut. Und das macht stopp. Nicht schwer. Ich liebe die Verteidigung von Agleophas. Das habe ich schon mal gesagt. Ich liebe sie wirklich. So komme ich mir ganz aufgereicht aus. Natürlich nicht. Und ich wette der Kind jetzt. Natürlich. Einen Frank benutzen. Deswegen benutze ich jetzt mal hier. Oder auch nicht. Cool. Und tschüss. So. Gib mir ein Level up. Gib mir ein Level up. Gib mir ein Level up. Screw you bitch. Wie kannst du nur. Wie kannst du nur. Nicht nur. Ein Gespräch. Ein Mission. Bringst du auch noch eine Dame zum Weinen. Was wirklich kann wir nehmen. Und. Ich bring gerne andere Leute zum Weinen. Nicht nur. Welches Pokémon habe ich vorne. Blitzen. Oh das ist gut. Okay. Er kommt mir so vor. Das ist der Sound. Wenn. Eines meiner Pokémon reinkommt. Immer extrem leise. Das ist der In-Game Sound. Und. Widerrufen bisschen laut ist. Aber bei den Gegner Pokémon ist das nicht so. Kann das sein? Na toll. Da ist ein Boden. Boden Pokémon dabei. Natürlich. Ein Knarxel. Natürlich. Keine Sandsturm. Wenn ich so etwas wie Aeroas hätte. Komm. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich nutze. Bis. Ja. Komm. Leck mich doch. Blitzen kannst du auch mal was. Fick dich Gegner. Drachen. Ja. Wie das nur Drachenblut macht. Ist ja unglaublich. Boah. Leck mich doch. Warum muss der Gegner überhaupt KI haben? Ja. Natürlich. Jetzt nicht bloß. Was? Ha. Autsch. Los geht's vorne mal. Glut-Attack. Glut-Attack. Ah. Was? Du kannst Windstoß? Nee. Die Tack ist schwach. So Knarxel. Ich hasse dieses Viech. Ich habe es immer erwähnt. So. Ja. Ich weiß. Ich benutze Speed-Tast. Ich weiß. Oh nein. Noch einmal knallen. Aber. Das ist nur deswegen so. Weil die Gegner mir so mit ihren Rotz-Attacken auf den Nerv gehen. Das ist einfach eine Kraft so schnell wie man heute vorbei sehen will. Ja. Bedroh mich ruhig. Bringt eh nichts. So. Ich lutsche dir jetzt nicht mal hier. Ich lutsche dich jetzt mal aus. Oder du beschnüffelst mich erstmal. Und wie riech ich? Ja. Keine Ahnung. Ich lutsche dich aus. Oh. Jawoll. Schön gemacht. Und fast wieder voll. Also fast. Und fehlen noch knapp 40 Kp. Aber egal. So ihr weinen. Weiber. Jetzt ist mir auch noch zu weinen. Dann haut ab und weint. Pfff. Komm lass uns gehen. Irgendwann wo wir auch nicht so rumgezogenen Weinen wie diese rumwerden. Schön ist gut. Schnee. Weile Frauen. Oh nein. Ähm. Ich mach mal kurz ein Safe State. Warum. Ähm. Ich weiß nicht was ich mich da drinnen erwarte. Noch mehr Höhle. Schutz wirkt. Oh. Wie da Schutz noch wirken wird. Junge. So. Ich muss mal schnell. Ähm. Oh nein. Warte. Okay. Das ist hoch genug. Dass keiner will in den Pokémon kommen. Ähm. Was ist da unten? Da will ich unbedingt hin. Denn. Da oben ist zwar ein Trainer. Aber da unten ist vielleicht ein Item. Oder einfach mal. Gar nichts. Äh. Ähm. 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 Gewollt. Ähm. Ich will dir nicht zum Glitcher. Was zur Hölle. Scheiße. Bist du auch so ein Depp von der Internationale in der Polizei. Glaubt ihr wirklich. Ich könnte es aufhalten. Ich bin kein Depp. Ich bin ein Super Depp. Ich bin ein Biss.